Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Resident Evil. Wir sind zurück in Raccoon City mit unserem lieben Leon hier. Immer noch, Hallöchen. Genau, ich wollte nur einmal kurz gucken. Ja, wir haben... Meine erste Mission heute wird sein, dass ich tatsächlich jetzt erstmal nochmal gucke und ob ich irgendwo nochmal ein bisschen Munition finde. Denn wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, nur die Flinte im Moment. Und deswegen... Und ich möchte einfach ein bisschen Munition haben, weil ich will die Flintenmunition eigentlich erstmal sammeln, sozusagen. Für ein paar schwierigere Gegner. Was war das gerade für ein Ekel? Marvin? Marvin, bist du das? Marvin? Marvin, geht's dir gut? Ja, Marvin haut rein, immer noch. Mir wurde gesagt, dass ich bei den Grafikeinstellungen... Mir wurde gesagt, solange ich nicht über diese 2,93 Gigabyte komme, dass da eigentlich keine großen Ruckler hier im Spiel vorkommen sollen. Deswegen... Ich mach das jetzt mal auf Bildqualität 100%, ein bisschen höher. Und dann gucken wir einfach mal. Ich meine, ich kann's ja immer... Wenn ich mehrere Ruckler feststellen sollte, kann ich das ja dann im Spiel auch nochmal ändern. Das ist ja jetzt nicht so das große Problem. Marvin, es tut mir so leid. Ich will dir helfen. Okay. Lass mich mal kurz die Karte nehmen. So, auf jeden Fall Munition möchte ich haben, bitte. Und wir brauchen auch noch das letzte Medaillon, um hier wahrscheinlich erstmal rauszukommen. Und dann... Genau, aber für das dritte Medaillon brauchen wir ja für das C4 noch was. Wir haben da die Batterie schon. Das haben wir immer noch. Okay. Wir haben Munition dabei. Okay. Ich hoffe, das reicht auch erstmal. Wir hatten hier, glaube ich, auch noch einen Tresor. Ne, hier war's nicht. Scheiße, hier war's nicht. Mist. Okay, aber ich gehe trotzdem einfach mal lang. Ähm, ich bin jetzt im Büro. Aktenraum. In den Aktenraum kommen wir noch nicht, weil wir da noch einen anderen Schlüssel brauchen. So. Ähm. Hier im Büro sind tatsächlich noch die Sachen, wo wir es jetzt mal haben, liegen lassen müssen, weil unser Inventar voll war. Ich weiß nicht, ob ich lieber erstmal hier rübergehe. Okay, dafür muss ich doch... Entschuldigung. Ich muss mich hier natürlich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, zwei Tage her, wo ich das letzte Mal aufgenommen hab. Und ihr wisst ja, so, ähm, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, bin ich hier denn jetzt richtig? Äh. Warte. Nein, bin ich nicht. Ja. Doch. Doch. Ich muss jetzt erstmal hoch, weil hier der Durchgang ist ja versperrt. Und da muss ich, glaube ich, über die Treppen gehen. Okay. Äh. Auf geht's. Läuft alles. Ja, läuft alles. Sehr gut. Okay. Ich hab mich heute ein bisschen in Schale geschmissen für dieses Let's Play. Ich dachte mir, das ist ein bisschen angebracht. Oder würde ganz gut zu dieser Atmosphäre hier passen. Keine Ahnung, ob ich's hingekriegt hab. Ja, da war der Tresor, den wir noch brauchen. Da, ich, wir haben auch bis jetzt nur einen Code gefunden, ne, für den Tresor. Also für den anderen. Den haben wir ja aber schon gemacht. Okay. Ähm. Hä. War das hier mit dem... Wie? Ah, ne. Hier kamen wir... Hier ging's runter, ne? Oh, hab ich gar schrocken, ey. Na? Was geht? Tu... Welche durch? Ihr seid immer noch da. Ihr chillt... Ihr chillt euer Leben da, ne? Ihr kommt da auch nicht rein. Hi. Na? So, bin ich hier jetzt richtig? Ich bin richtig. Super. Okay, dann geh ich jetzt nochmal hier in das Büro rein. Denn jetzt haben wir ja eigentlich wieder genug Platz, um das alles hier mitzunehmen. Was hier so rumliegt. Die Blendgranate will ich auf jeden Fall. Die kann ich, glaube ich, auch zu meiner Verteidigung benutzen, ne? So war das, glaube ich. So, hier lag, glaube ich, noch einer. Ah, ne, das ist Schießpulver, okay. Ich glaube, hier lag auch nochmal Schießpulver. Das heißt, ich krieg gleich hoffentlich wieder Munition. Ein bisschen. Elektroteil! Kann ich das... Kann ich das jetzt vielleicht kombinieren? Nein, kann ich nicht. Hä? Ah, ja, okay. Ne, das ist ein anderes Elektroteil. Ich, ich, äh... Ich erinnere mich. Äh, das war für das... Für dieses eine Tor. Da, wo wir, äh, am Anfang durchgekrabbelt sind. Wisst ihr noch? Was war da gerade? Nichts. Ich dachte, das... Ah ja, da war noch Kraut. Das nehmen wir auch mal noch mit. So. Genau, hier war das. Da kommen wir jetzt auch, glaube ich, gleich direkt hin, ne? Hier war das. Kann ich das... Hä? Kann ich das nicht benutzen? Doch. Dachte schon. Ähm. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das hier jetzt so eine gute Idee war, ehrlich gesagt. Weil das war doch jetzt eigentlich... So das letzte Schutzschild. Äh. Dass die Zombies hier nicht reinkommen, oder? Marvin? Marvin, bist du noch da? Oh Gott, bitte. Marvin? Marvin! Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt gerade was Gutes getan habe. Ich, ich könnte dir immer noch ein Heilspray anbieten. Ich werde jetzt erstmal natürlich speichern. Speichern. Unter einem neuen Slot, natürlich. So. Okay, dann haben wir das ja schon mal erledigt. So. Das heißt, hier haben wir jetzt auch sozusagen einen kleinen Shortcut freigelegt. Ähm. Lass mich jetzt mal kurz gucken. Ah, wir brauchen auch immer noch dieses eine, die eine, ähm. Ne? Äh. Hier. Die Taste für den, äh, für den, äh, für die, für diesen Raum hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Haben wir dafür irgendwas? Ähm. Und dafür brauchen wir, glaube ich, immer so, kann ich das? Ne. Okay. Nur zum Teufel finden wir noch diese letzte Taste. Okay, wir gehen mal hier jetzt zurück. Ich glaube ja, ich hatte hier ja vorerst, glaube ich, alle. Ah, an dich erinnere ich mich zu gut. Bleibst du liegen? Wehe. Stehst auf, ey. Ich glaube, hier war noch Munition drin, oder? Von letztem Mal konnte ich die... Ja! Ja! Okay. Lad nach. Danke. Oh. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich die hier nachladen. Ups. Ah ja. Habe ich das hier schon mal erledigt? Für zukünftige Ereignisse. Oh, hier war nichts mehr. Hier war ich ja schon öfter drin. So, ich möchte hier natürlich ja schon eigentlich gerne ein bisschen Progress jetzt heute haben. Ne? Also ich müsste hier jetzt schon eigentlich das Ding für das C4 finden. Das wäre ganz geil. Und dementsprechend dann auch den... Das letzte Medaillon. Das fände ich eigentlich ganz nice. Da gehe ich nicht durch, denn ich habe gerade den Typen da gesehen. Okay. Ich gehe mal wieder hoch. Ja, ja. Kommt hier eh nicht rein. Du brauchst gar nicht zu probieren. Oh Gott, das ist gerade echt eine blöde Position. Haha. Leck mich. Bleibst. Tot. Okay. Mein Messer ist nicht mehr allzu lange zu gebrauchen. Warte mal. Ich wollte eigentlich da mal kurz lang gehen. Kann ich da noch lang? Achso, ne. Da war, glaube ich, nichts. Da war nur der Helikopter. Kann ich das ausschalten? Das nervt. Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Okay. Dann werden wir uns mal hier... Ich glaube, wir haben auch noch nicht alles komplett oben im dritten Stock durchsucht. Kann das sein? Hier habe ich natürlich auch so viel noch nicht. Fertig. Wartezimmer. Ich müsste eigentlich mal auf die andere Seite. Ich könnte aber auch... Ne, da muss ich auf die Westseite. Okay. Da bin ich hergekommen. Im Artraum. War da noch was? Ich gucke mich hier jetzt auch nur mal ganz schnell nochmal um. Weil ich hier irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Da war nur der Typ. Der Dude. Sonst war hier nichts. Habe ich auch alles schon aufgesammelt. Aufgesammelt. Ah! Okay. Ich habe schon wieder keine Munition mehr. Das ist ja... Okay, warte. Dann mache ich mal so. Mist! Ich brauche hier immer noch eine scheiß Kurbel. Okay, da komme ich auch nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die andere Seite. Und gehen da nochmal lang. Oh, guck mal. Er hat da hinten in einer seiner 10.000 Taschen die Blendgranate. Die wir gefunden haben. Finde ich ganz nice. So kleine Details. Ähm... Es gab nur die Tür, ne? Ah! Gott sei Dank bin ich hier lang gegangen. Gott sei Dank. Okay, lad die bitte gleich mal nach. Okay. Ich lasse die mal jetzt auch erst ausgerüstet. So. Haben wir denn hier noch was? Bibliothek. Hier ist ein Messer. Hat hier jemand von euch nochmal ein Messer? Du? Nö. Hä? Wer hat denn hier nochmal ein Messer? Was muss ich hier eigentlich tun? Warte mal. Ja! Junge! Ich glaube, du bist... Ah, da brauche ich noch irgendwas... Irgendeinen Hebel, schätze ich mal. Ähm... Wer von euch liebreizenden jungen Menschen hat denn mein Messer? Ich hätte das gern zurück. Darf ich das zurückhaben? Darf ich? Ah, dankeschön. Oh, das ist sogar noch gut zu gebrauchen, ey. Nice. So. Wo komme ich denn? Wo komme ich denn hier lang? Ach so. Da kam ich her. Okay. Alles klar. Alles klar. Hier ist das. Da ist die Leiter. Wo komme ich denn hier lang? Oh Gott! Das war dann wohl die Blindgranate, hä? Äh... Ich geh jetzt einfach mal... weg. Alter! Ey, die Jumpscares, ne, sind... echt nicht ohne, muss ich sagen. Ey, der lebt... Der lebt noch! Krass, der lebt echt noch. Ach, ich lasse den jetzt einfach mal. Hi. Hello. Äh... Standard 9 Volt Batterie. Können wir aber leider noch nichts machen. Wieso kann ich? Okay. Irgendwo muss hier noch dieser 600, schätze ich mal, brauchen wir dafür noch. Muss dafür irgendwo noch sein. Ey, diese Puppe, ne? So, wir sind jetzt Lagerraum West. Okay. Wir gehen hier jetzt mal raus. Leise, weil ich weiß nicht, in welcher Etage dieses Viech ist. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube, es war hier, oder? Oh Gott. Ich hab's wachsen. Das Ding... Da hab ich ja auch einige noch nicht, ähm... gemacht. Also, von denen hab ich jetzt schon ein paar gesehen. Schon. Und ich weiß halt nicht... Ich glaube, wir müssen da, ähm... Bilder finden, oder? Für Notizen. Der steht da einfach nur. Das fehlt auch noch. Wo kam ich denn hier noch mal hin? Ah, okay. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Oh. So viel dazu. So viel dazu. Das Viech, ne? Das ist ekelhaft. Die Tür zu. Die nehm ich auf jeden Fall mal mit. Die konnte ich ja das letzte Mal auch nicht mitnehmen. Ach ja, hier brauchen wir auch noch irgendein, irgendein USB-Stick, glaube ich. Dafür, dass wir hier reinkommen. Da ist auf jeden Fall noch ne Waffe drin. Ich hab so grad das Gefühl, wir kommen hier überhaupt nicht weiter grad. Okay, warte mal. Duschraum. Wäschekammer. In die Wäschekammer kommen wir noch gar nicht. Da brauchen wir auch irgendeinen Schlüssel für. Aufenthaltsraum. Wartezimmer. Ja, da hab ich nix mehr. Ja. Wo? Ich, ich, ich geh, ich geh hier wieder lang. Du musst dich um mich nicht sorgen. Ich geh einfach meiner Wege. Scheiße. Ich hab so Angst vor den Viechern. Vor allem, weil die dich halt einfach einmal oder zweimal höchstens hitten und dann bist du einfach Geschichte. Ist da noch irgendwas, weil ich brauch? Nö. Mir steht da einfach nur so dappig rum. Okay. So, ich kam von ganz oben. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie bitte Progress haben. Junge. Halt's Maul. Gibt's ihn hier nochmal lang? Ach ja. Der Safe Room. Ich möchte nochmal gucken. Okay, also für das C4 brauchen wir einen Zünder. Ich würde auch gerne mal jetzt demnächst bitte einen weiteren Schlüssel finden. Das wäre eigentlich echt cool. Mal hier mal speichern. alles verbarrikadiert. Ich würde auch mal gucken, ey. Alles verbarrikadiert. da war auch nichts mehr. Da war auch nichts mehr. Hi, Marvin. Was geht? Okay, hier war ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich gehe mal hier lang. Ich gehe mal hier lang. da war ich jetzt ja noch nicht mehr lang. Scheiße. Ich habe keinen... Der folgende, der Vamos geht auf jeden Fall gut ab, die... Jo. Hier komm ich nicht rein, da brauch ich den Schlüssel für. Scheiße, hab ich mal die Bretter mitgenommen, ey. Bin ich hier schon mal lang gelaufen? Ich glaub ich weiß, warum ich nicht. Alter. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ah, ich verstehe, okay. Hier ist das. Oh. Diese verdammte Taste. Da ist jetzt eigentlich genau das drin, was ich jetzt noch brauche, nämlich Schießpulver für neue Munition. Da wäre noch eine Gürteltasche drin, die wäre eigentlich auch ganz nice. Dunkelkammer. Ähm. Okay, lass mich mal überlegen. Jetzt auf eins. Hier haben wir soweit alles durch, bis auf eben die Schließfächer komplett. Hier, hier werden mir immer nur die, ähm, diese, diese Buchstabenkombinationen. Rüstkammer. Ach, hier wäre noch ein Hilfespray gewesen. Wartezimmer. Da wäre noch, äh, das mit C4. Ähm. Das haben wir schon gemacht. Okay, ich geh jetzt nochmal hoch. Ey, Munition wäre halt echt, echt schlecht. Warte mal. Warte mal kurz hier rein. Und nehme mir mal... Das Zepter habe ich ja auch noch. Kann ich das... Oh. Kann ich damit irgendwas tun? Vielleicht. Oh. Rotes Juwel. Ein wichtiges Objekt. Ein kostbar aussehender Edelstein. Ah. Ja, cool, dass ich mir das jetzt auch mal näher angeguckt habe noch, ne? Scheiße. Okay. Äh, ich nehme mir mal das mit. Obwohl... Ja, ne. Komm, scheiß drauf. Das Grau packe ich erstmal weg. Äh. Ne, ich glaube mit dem Schießpulver mit normalem Pulver kombinieren. Ist glaube ich... Schießp... Flinten Munition. Ah doch, das könnte ich mal machen. Warte mal. So. Dann habe ich wenigstens... Davon ein bisschen... So. Aber was mache ich denn jetzt bitte mit... mit diesem... Edelstein? Was mache ich denn jetzt damit? Oh! Seit wann bist du denn da? Ja, komm ey. Die saß doch hier oben die ganze Zeit, oder? Ich hab gedacht, die macht nix. Ja. 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 Ich hab gedacht. Ja. 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 Yeah. Auch. Ja. Ahaа. Hilfe. Hilfe. Psische pluckliche coughle. Untertitelung des ZDF, 2020